Anschließend kam ja 2014 die erste Forschungsrunde Bioökonomie Baden-Württemberg, 2018 dann die zweite, da wurden ja auch zwei Förderlinien gefördert und die Ergebnisse aus diesen einzelnen Forschungsverbunden und Forschungsprojekten und Programmen, die sind dann auch eingeflossen in die 2019 formulierte Landesstrategie nachhaltige Bioökonomie. Da wurden auch 37 Maßnahmen definiert von der Landesregierung, die es jetzt in den nächsten Jahren natürlich auch gilt umzusetzen. Und wenn man sich jetzt überlegt, all diese Maßnahmen, die Forschungsmaßnahmen und die Forschungsprogramme im Vergleich zu anderen europaweiten Maßnahmen, würde ich schon sagen, dass Baden-Württemberg da ziemlich weit vorne dabei ist. Also ich würde sogar behaupten, dass es einzigartig ist, dass derartige Forschungsprogramme realisiert worden sind. Sie haben natürlich deutlich dazu beigetragen, dass sich die Universitäten, die Hochschulen miteinander und die Experten miteinander vernetzen konnten, um jetzt in die nächste Phase der Realisierung der Technologien und Anwendungen dann auch zu gehen.